Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Harry May. Wir schreiben den 10. November 2012. Viele Menschen in Deutschland haben ein Zuhause. Viele Menschen? Joa, es kommt so einigermaßen hin. Einer, der momentan allerdings kein Zuhause hat, der sitzt gerade neben mir und lässt es sich gut gehen. Der gute Trizer ist in meiner Wohnung. Ja, hi. Wann gibt's Essen? Wir spielen jetzt drum. So, okay. Wählen wir uns eins. Ist mir Latte. Ähm, ja. Trizer ist irgendwie bei mir. Ich hatte es ja angekündigt vor geraumer Zeit in so einem schnuckligen kleinen Infovideo. Und jetzt haben wir total viel Spaß und sammeln Münzen ein. Und es wäre total toll, wenn du mir auch ein paar Münzen lassen würdest. Nein, es geht hier gegeneinander. Ja, das ist der Gag eigentlich dahinter, ne? Münzrau... Ne, wie heißt das Ganze? Münzjags? Münzjags, ja. Ja, also wir spielen hier New Super Mario Bros. Wii und es geht darum, wer am Ende irgendwie die meisten Münzen hat. Der hat gewonnen und deswegen haben wir uns beide momentan überhaupt nicht lieb. Deswegen nehme ich mir den Luigi einfach und schmeiß ihn gegen die Felswand. Ist mir relativ egal. Ich sammle hier lieber die Sachen ein. Schnu, 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 schnu. Ich bin der Verbl... Nein. Ah, verdammt. Wie komme ich jetzt raus? Ich bin so fett dafür. Ah, das ist doch nicht mein Problem. Ja, 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 ja. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Kompliziert. Ja, so ein ganz klein bisschen. So, hektisch, 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 tralalalala und irgendwie zack. Na, verdammt. Ja, das sah fast gut aus. Das sah fast gut aus, ja. Ich find schade, dass es nicht so ist wie in diesem einen... Boah, was war das nochmal für ein Teil? Ich glaub, für den Advanced, da gab's auch so einen Multiplayer immer, wo man auch ähnlich hier in diesem Beat irgendwas gegeneinander machen muss, auf jeden Fall. Und da kommt, wenn man von unten gegen einen Glock springt, wo der Spieler draufsteht, der andere. Ja. Und den, glaub ich, beteuern irgendwie so ein bisschen. Ich glaub, was du meinst, war der alte Mehrspieler-Modus von New Super Mario Bros. Äh, Quatsch. Von New Super Mario Bros. Ja, genau. Damals auf dem, damals auf dem Nintendo Entertainment-Test, der New Super Mario Bros. Nicht ganz wiii, aber ist egal, ja. Äh, für New... Quatsch. Für Super Mario Bros. 3. Mein Gott, was hab ich denn mit New momentan? So, Super Mario Bros. 3. New, 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 New. Ja, New ist mal besser. Super Mario Bros. 3, damals auf dem NES, da gab's so ein Multiplayer, sprich, äh, da waren beide Spieler in einer Arena. Ah ja, genau. Sie sah genauso aus wie das Anfangsgebiet hier, in dem Level eigentlich so ungefähr. Da kam ein Gegner, und die musste man irgendwie plätten, und ich glaub, wer als erstes drei Gegner geplättet hatte oder so, der hat gewonnen. Warum bist du ein kleiner, dummer Luigi? Weil ich klein und dumm bin. Achso. Dup, 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 dup. So, okay. Na ja, die Münze kannst du ruhig einsammeln, wenn du willst. Ich springe lieber auf den Farnmast. Nein, nein, nein. Ah. Oh, komm da nicht ganz hin. Zumindest haben wir diesmal alle drei Sternenmedaillen eingesammelt. Stimmt, aber bei unserem Probedurchgang vorhin hatten wir die nicht gefunden. Komisch. Ja. Und ich verließe, du bist ein Mario, du bist leider Mario. Ich weiß gar nicht, warum leider, also, ich find das gerade echt gut, was ich hier sehe, so. Es ist echt schade, dass das kein Hanging vs. Dry ist, ne? 150 Bilder. Ja, hat du ganz toll gemacht. Ja, ja, ja. So. Erste schnucklige Welt. Gibt wohl kein Mittagessen für dich. Tja. So. Geh ich mir selbst was kaufen. Ja. Irgendwo bin. Opsala. Boah, das ist... Warum? Das sieht... Ja. Das sieht total wie das erste Level aus, aber irgendwie ist das auch unfair. Komm her, ich will... Ich will doch gar nicht. Ich wollte ihn nicht befreien. Und so. Zack, zack, zack. Ja. Das hast du nämlich davon. So. Genau. Ja, spring ruhig weiter. Spring ruhig weiter. Aktivier die Münzen. Los, komm. Wo ist der kleine Luigi? Da, 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 da. Ja. Ja. Warte, warte, warte. Nee, nein. Ja, ja, okay. Eine Minute zur Säule. Huh. Ich bin doch krass. Fast gegönnt. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ich bin gerade so drauf. Upsala. Ah, aha, hab Sternenmedaille, hab Sternenmedaille. Die hast du nicht gesehen, ne? Nee. Habe sie wieder nicht gesehen. Nee, wo ist die Sternenmedaille, versteckt? Die ist da irgendwo unterm Boden. Achso. Unterm Boden, ja. Da, da. Münzen! Das mache ich den Stamm an dem Moment. Das ist so gescheuert. So. Verdammt. Ja, ja, ja. Ja. Confus. Und böse. Und nein. So komme ich eigentlich auch so Münzen. Nö. Gar nicht, ne? Aber sie sind ein bisschen rausgefallen. Und so, okay. So, und Stern, ja. Stern, hast du das? Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nein, der Erik hat ein Wunder von der Gastgeber. Boah, finde ich eigentlich auch. Nein! Uhdudu! Das schenkt mir sogar Münz. Oh, ich schnuch, ich schnuch! Digga, jetzt hab ich halt die Münze. Nein! Das war... Nein! 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 Das ist so... Ach, Mann! Wer rechnete mit sowas? Das hatten wir eben schon gesehen. Ja, aber ich dachte, auf die vorletzte... Ich weiß nicht, wen ist es draufspringen auf die vorletzte Stufe. Aber... Gott sei Dank! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt gewonnen habe in dem Spiel, ne? Passend zur Aufnahme. Perfekt. Ich weiß nicht genau, ob ich das an der anderen Stelle gesagt hätte. Das heißt nur, ich steige mich und du wirst alt. Ich werde alt sein? Ich bin schon wieder... Oh Gott! Fünf Minuten älter! Meine Fresse! So! Die Demenz! Es fängt an! Oh Mann! Verdammt! Ich weiß nicht mehr, wie man dieses Spiel spielt. Geh weg, das sind meine Münzen! Ja, ja, ja! So! Geh zu einem Buhu! Sag dem Buhu guten Tag! Hallo, Buhu! Wie geht's dir? Ja, du musst richtig hingehen! Schüttel ihn in die Hand oder so! Hier, zack! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Unfaires Spiel! Da, 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 da! Ich spiele das Spiel nur richtig! Äh, hallo! Ist ja schön, dass du irgendwie so weiter... Oh! Hier ist aber egal! Oh! So schenkt man Gegnern seinen Sieg! War da ein kleiner Buhu? Nein! Halt! Halt! Da, da, da! Oh! Ein Pilz! Oh! Das ist nicht mal einer! Endlich mal! Du hast mich getötet! Ich weiß! Du hast mich absolut getötet! Sowas hast du eben auch gemacht! Getötere tötet! Getötere tötet? Tötere tötet! Tötere tötet! Schnur, schnu! Ah! Nein, 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 nein! Verdammt! Sternenmedaille! Sternenmünzen! Münzen! Ja! Das geht doch! Von meinem Kopf abgesprochen! Vielleicht? Hast du ein Problem damit? Ja! Na, Bobben! Ich nehme deinen Kopf gerne! So! Ich bin auch groß! Gleiches Verhältnis! Äh... Gegebenheiten! Äh... Chancen! So! Oh! Der kleine Luigi muss sterben! Oh! Muss der kleine Luigi sterben? Ja, muss der kleine Luigi sterben! Verdammt! Ja! Ich freue mich dann auch! Dab, dab, dab! Achso! Ja, ja! Jaja! Du kannst nur sterben! Ist ok! Ich will aber nicht! Nein! Wie steht's denn eigentlich? Eigentlich bist du unruh... 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 Ne, ich bin Schnau... Ich bin Schnau... Ja! Knorp, Knorp, Knorp! Verdammt! Ah! Jaaaaaaa... Jaaa! Na gut, eigentlich wär's egal gewesen, weil der Level war beendet, aber, naja, okay. Das war zu recht. Das hab ich doch noch gewonnen. Sie seien dir gegönnt. Ach was. Ich hatte, ich hatte genug Mützen. Ich mein, einer ist tot, der war zu lange. Da muss reichen. Ja, ein bisschen. Ja, ganz leicht, ist okay. Ich würd sagen, das ist eine neue Bestmau. Ist okay. Finde ich schon, so ein bisschen. Schmoll. Schmoll halt weiter. Tu ja. Münz 4. Wuhu. Münztastisch. Finde ich aber lustig, dass wir für den Modus nochmal so 5 Extra-Welten irgendwie konzipiert haben. Aha. Hopp, hopp, hopp. Ich mein, wär ja auch nicht... Wär ja auch nicht nötig gewesen, ne? Nja. Das kommt doch her. Blöde Münzen. Ja, warum? Das ist auch total unfair eigentlich. Na gut, der hier ist gewinnt. Ja, leider. Verdammt. Woi, 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 woi. Das... Hahaha. Das find ich jetzt geil. Warum hat das bei dir nicht mehr funktioniert? Hahaha. Opsala. Hm. Ich will doch nur mitsp... Ich will doch nur mitspielen. Oh, keiner will mitschweißerspielen. Nja, 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 nja. Sack. Hahaha. Hoppala. Hahaha. Wir wollen nix mit Mittagessen heute. Abendessen könnte auch schwierig werden. Verdammt, verdammt, verdammt. Was macht man nur? Was macht man nur? Hast du noch ein paar Pausenbrote mitgebracht? Was? Nanananana. Lalalala. Samlala. Samlala. Ja. Oh, ich... Ach, verdammt. Wieso? Wieso? Wieso kann ich dich nicht packen? Ich versteh's nicht. Du warst zu klein. Du musst doch auf eins bleiben, oder? Wie auf eins? Wie packst du mich? Weiß man nicht, wie ich packe. Ich schüttel einfach die Gitarre mit dir. Ich schüttel. Ich schüttel. Ich schüttel. Ich schüttel. Bringt mir aber nix. Weil du mich ja immer noch packst. Das ist aber... Ja. Ich find schon schön, dass du dich selber irgendwie hause gefechtet setzt. Aber ist auch okay. Lalalala. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich seh schon die bösen Kommentare irgendwo vor mir. Der Hering mobbt den Schweißer total und so. Ja, ja. Aber immer ins Ziel. Da springst du wenigstens hin. So, jetzt komm ich nämlich nicht... Doch, ne. Hahaha. So, geht. Ist nur leichtes Mobbing, oder? Ich find das noch vertretbar. So ein bisschen. Ja. Ist okay. Ist das von Devin's mehr als ich, oder noch mehr? It's over 200! Oh Gott. Over... Meine Fresse. Over deine Fresse? Ja. Okay. Ich rase von Rekord zu Rekord. Ich möchte ihn nur mal so sagen. Und dann noch was Wolkiges, oder ist das Schnee? Oder ich erkenne es nicht. Ich vers... Oh nein. Es könnte Schnee sein. Wie jeder weiß, liegen die Schneewelten in dem Hering. Ja. Nein! Schneescollevel! Nein! Ja! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ne, voll unfair! Hast du dir nicht alles... Verdammt! Ja! Ja! Jetzt wird's natürlich spannend. Ähm... Ha! Ja, jetzt wird's total spannend. Ich sollte mich mal... Spannend steigt denn so. Vermessliche! Normale, kleine Münzen hier konzentrieren. Aha! Okay! Ja, gut. Hat sich was. Zumindest hab ich noch meinen Anzug. Hops! Ach, verdammt. Ja! Komm her! Ich mag dich nicht mehr. Ja! Ja! Schnu, schnu! Nein! Boah! Das ist unfair! Oh Gott! Warum spring ich dir überhaupt hinterher? Ich weiß es nicht. Ich find's aber gut. Ja! Ich wollte jetzt auch nicht fragen. Ja! Ist mir unhöflich vor. Yoshi! 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 Ach! Nein! Oh! Da schürzt's auch noch selber ab! Ich muss hoch! Ich muss hoch! Ich muss hoch! Also darum macht das ja keinen Spaß, wenn du die immer irgendwie selber kaputt machst. Oh! Zack! Oh Gott! Ja! Immer selber kaputt machst! Das macht keinen Spaß! Shit! Tell the way! Fernbedienung! Ja! Nein! Aha! Das war's! Zugegebenermaßen genial! Interessanterweise, wenn beide Spieler sterben, kommt dann trotzdem die Rangliste und es werden die Münzen addiert! Was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn ich das mal so sagen darf! Wenn ich oben stehe, ist das schon relativ... okay! Dieser Sieg wird jetzt annulliert! Nein! 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 Dein Kader denkt sich auch gerade, was machen die beiden da? Achte nicht auf meinen Kader! Der ist das gewohnt hier! So! Ja, ja! Hol dir wieder die Items! Ist okay! Ist okay! Ja! Ich sammle auch Münzen! Und ich sammle noch mehr Arten! Ja! Ups! Ich werf's! Boing! Oh! Ja! Wie du mir, so ich dir! Stärkeleistung! Wie es in den Wald hineinschaltet, soo! Schaltet es auch wieder heraus! Ab und zu! Ab und zu! Ab und zu mal! Hahaha! Man muss ja springen in dem Spiel, ne? Das ist mir gerade so aufgefallen! Ab und zu muss man auch mal springen, hab ich gedacht, ja! Das ist ein Jump and Run! Kein Jump and Fall! Hahaha! Ich bin der Lieblingsstar! Hiiii! Eigentlich ist das mit den Koopa-Schildkröten ne? Boah! Total tolle Idee! Der Yoshi da unten ist mir jetzt eigentlich einfach mal egal! Ähm! Weil man mit den Koopa-Schildkröten die Münzen... Oh! Er hätte mir doch nicht egal sein dürfen! Uuuh! Uuh! Ich hab meinen Dashi gerade für mich selbst gefunden! Bin ich ein schlechter Mann? Ich finde nicht! Komm gut! War es ein grüner Yoshi oder? Ja, natürlich! Achso! Okay! Das heißt, du hast den Original Yoshi getötet! Ihhh! Aus Versehen! Aus Versehen! Das kann vorkommen! Auf und zu! Das ist schon okay! Ja! Ich fühle mich so hart! Ja! Das ist meine Stimme! Ja! Ich war eben viel viel besser unterwegs! Dann kommst du wieder an und macht alles kaputt! Ja! Das ist... Ich... Ich geh jetzt rein! Ha! Hast du keinen Bock, dass ich ganz Münzen hier einsammeln? Nein! Ja! Verdammt! Okay! So! Ich wollte gerade links diese drei Münzen einsammeln! Ist mir aufgefallen, dass das sind nicht drei Münzen! Oh! Oh Gott! Nur weil ich den pummeligen, schweren Pinguinanzug anhatte! Hätte ich zunächst sogar noch rutschen können? Noch mehr Schwung rum? Ja! Die Rampe sah auch tatsächlich so aus! Aber ich habe mich jetzt gefragt, wie hätte ich denn höher kommen sollen? Weil... Das sah jetzt nicht so aus für mich! Außer... Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt! Ich weiß doch nicht, wie der Pinguinanzug funktioniert! Ganz ehrlich! Diese Schmerz! Tut mir leid! Mario-san! Ich will was anderes spielen! Echt? Also ich fand es eigentlich ganz lustig! So! Ne! Jetzt zum Abschluss! Komm! Oh Gott! Ist nämlich unser Lieblingslevel! Ja! Wir wissen nicht genau warum, aber das ist egal! So! Du hattest das gestern einmal glaube ich ausgewählt! Das reicht dann als Lieblingslevel! Das reicht als Lieblingslevel! Feld 9-7! Wuhuhu! Ey! Ist okay! Achso! Ich erinnere mich! Da war was! Ich finde es schön, dass ich jetzt als erster gestorben bin! Obwohl ich doch eigentlich als Koryphäe gelse! Was diesen Level hier angeht! Ich würde ganz gerne mal zu dir kommen! Uhuhuhu! So! Das ist zu viel! Vor allem... Das ist zu viel! Würde ich eigentlich ganz gerne... Boah scheiße! Gab es diesen Level Münzen? Ja natürlich gab es diesen Level Münzen! Das ist super schön! Oh Gott! Ja! Springen weiter! Das ist eine super Idee! Ich führe! Ich führe! Ich führe! Ja! Nach Metern! Das ist klasse! Achso! Weil du zwei Münzen eingesammelt hast! Ja! 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 Aber das wollen wir nicht! Wir wollen ein Level richtig spielen! Schnups! Was? Es ist so geil! Ja! Meine Fresse! Damals bin ich auch mit besserer Ausrüstung hier rein! Glaub ich! Keine Ahnung! Zack! Ich will da hoch! Meine ersten Münzen eingesammelt! Ich bin zufrieden! Wieso? Warum? Weshalb? Boing! Wieso? Gumbas! Gumbas töten für... Ich will da noch hoch! Vielleicht musst du einfach sterben! Ja! Ja! Ist eine Methode! Ich wollte gerade den Wandsprung am Bildschirmrand ausprobieren! Aha! Das geht nicht ganz gut! Da 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 da! Münzen, Münzen, Münzen! Ich fänd's so toll wenn man die Glaser möchte steuern kann! So ein bisschen! Ja! Das wär... Optimal! Geh mal vor! Verdammt du! Machst du nicht mal den Busch weg? Ja! Nein! Ich mach nicht den Busch weg! Verdammt! Das wär... Das wär aber eine gute Taktik gewesen! Jetzt! Ich find diese Piranha-Planche hier oben voll doof! Nein! Oh Gott! Pils! Dankeschön! So! So! Jetzt haben wir den ersten Scheiß-Part von dem Level hier irgendwie hinter uns gebracht! Aha! Oh! Die hier! Dup-dup! 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 Nein! Dup-dup! 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 Dup-dup!